Und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal TimoTV Wir spielen heute Horrorfield Und... Das haben wir... Kamen schon in den Kommentaren, wie das wieder kommt Auf jeden Fall spielen wir das heute wieder Mit... Auf meinem S10 Und ich spiele das... Wo stellt man die anderen... Alle anderen Horrorfields Das war... Habe ich über Huawei gezockt Und jetzt bin ich mal gespannt wie das auf S10 läuft Aber ich muss bedenken Ich bin gerade beim Anu10 in der Beta Phase Das kann auch vielleicht daran lecken Aber... Die Kraft wäre schon viel besser Ja, spielt auf jeden Fall flüssiger und so Was muss man denn jetzt hören, ey? Ich hab das lange nicht mehr gezockt Auwei, auwei Boah... Ich bin jetzt schon... Pratt oder was? Was ist denn los hier? Aha... Da ist einer Den müssen wir jetzt erledigen Waaat? Ernsthaft? Die wurde jetzt wieder befreit Hier sind so viele Türen, ne? Fakt übelzhaft Auf jeden Fall, äh... Schreibt ihr in den Kommentaren, was für Gems ich auch nochmal aufnehmen soll Und dann mache ich das auch Mhhh... Na lol Was hat die gemacht? Boah... Das gibt Krieg Das gibt Krieg Das gibt Krieg Freundlein hier Nicht hier Jetzt gibt's auf die Fresse Warte mal, steht... Ey... Warte, da sind zwei Frauen In den gleichen Charts Ok... Ey, wann sterb die mal? Kannst du bitte verrücken gehen? Danke... Die nächste, wo bist du? Ey, kann das sein, dass da nur Frauen sind? In dem Game Läuft bei denen Aha Ey... Es muss mich wieder orientieren, ey Ich komm hier gar nicht klar Ja... Jemand schreit vor Angst Ja... Ist mir schon bewusst Aber wo? Boah... Ich krieg nichts auf die Kette hier Ich krieg nichts auf die Kette hier Geil Er war schon gerade hier Immer hin und her Unglaublich So, Opa Ne, Frau Jetzt müssen wir die anderen zwei finden Als ob Ich hätte die Tür noch kaputt machen sollen Boah... Kriegen wir das denn auch hin? Dass wir gewinnen? Ey... Bitte! 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 Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Kacke Kacke Okay Okay Okay, okay. Wir nehmen mal... Was ist denn hier los? Was haben wir jetzt hier Gegenstände? Wir nehmen mal einen Gary. Ich bin schon gespannt. Auf jeden Fall, es kommen wieder mehr Videos. Es tut mir auch sehr leid, es gab in längerer Zeit keine Videos mehr. Das lag daran, weil ich krank war. Oh... Und... Nochmal. Ein Problem. Aber ja, jetzt kommen die Regen meistens die Videos und so. Und ja. Also in Horrorfield war ich nie gut drin. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß bisher immer noch nicht, ob ich hier mit Online-Gamer zocke oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann schon. Okay. Kannst mich doch da wieder Bilder nehmen. Ja. Renn weg. Renn einfach weg. Alles klar. Äh, wie ein Kruppel gehe ich hier rein. Nein. Nein, nein, nein. Fuck. Ah, ist doch kacke. Ah, Mann, ey. Ich glaube, ich mache das nächste Mal eine Aufnahme von Horrorfield. Ich glaube, diese Folge wird jetzt ein bisschen kurz, weil ich nichts auf die Kette hinbekomme. Auf jeden Fall, wenn ich nochmal das Game zocke und aufnehme, ähm, dann wärme ich mich, glaube ich, erstmal vor. Weil ich bin der Einzige, der hier im Gefängnis-System gerade hier verreckt. Geil. Nice Sache, ich bin tot. So, zwei Minuten nach oben. Auf jeden Fall, was das Spiel neu ist, ist hier die Quiz. Ist neu. Haben die Endspiel wieder verfügbar gemacht und so alles. Äh, tägliche Aufgaben kann man auch machen. Dann muss man einsammeln. Dann gibt es auch immer Premium. Für 2,29 Euro. Hast du Premium-Account für 3 Tage lang. Mir komischerweise macht jetzt jeder Premium-Account gleich auf Glance. Und auch sogar Mario Kart. Find ich nice. Naja. Ähm. Ja, sonst hat sich eigentlich noch nix hier verbessert. Keine neue Maps und so alles. Und ja. Nix Neues. Wenn ihr was Neues weiß von Horrofield oder irgendwann was Neues gibt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Ein Like nicht vergessen. Habt noch einen angenehmen Tag. Ciao.